Idealism prevails, make the world a better place. Die politischen Zeiten, die politischen Debatten härter geworden. Vermisst du den Respekt und vermisst du vielleicht auch die tieferen Zusammenhänge in den inhaltlichen Debatten, die ja derzeit nur sehr oberflächlich geführt werden? Wie würdest du das einschätzen? Vielen Dank einmal für die Einladung und vielen Dank auch für das Interesse, dass Sie da heute hergekommen sind. Der Peter Bellinger und ich, wir haben uns im Sommer einmal getroffen. Der Anstoß und die zündende Idee ist von ihm gekommen. Schauen wir uns doch einmal um, wie unsere Gesellschaft, unser öffentliches Leben, unsere Politik, unsere Auseinandersetzungen schrittweise immer mehr von einem Verlust an Respekt getragen sind. Zeitlich koinzidiert hat unser Gesprächsreigen mit einem großen Artikel in der Zeit, in der Hamburger Zeit, wo ähnlicherweise sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Das Wort Respekt ist dort ersetzt worden durch das Wort Anstand. Und das ist schon eine semantische Bandbreite. Respekt, Anstand, Anständigkeit, Würde, Anerkennung des jeweiligen Gesprächspartners. Aber man kann das jetzt an vielen, vielen Beispielen darstellen. Das ist der Umgang der Politiker miteinander. Ich bin schon ziemlich lang in der österreichischen Innenpolitik herumgekugelt und habe auch viele Kontroversen und viele Auseinandersetzungen erlebt und miterlebt. Ich erinnere etwa, was die Sozialdemokraten betrifft, an die Ola-Krise oder an das verunglückte Wasserkraftprojekt Heimburg oder an die harten Auseinandersetzungen über den Bau des Wiener Konferenzzentrums bis hin zu den verschiedenen Wahlkämpfen. Und meine Erinnerung ist die, dass die Auseinandersetzungen natürlich auch nicht höflich waren und dass etwa Bruno Kreisky im österreichischen Parlament eine Schimpfkanonade über sich ergehen lassen musste im Zusammenhang mit dem Konferenzzentrum. Aber wie immer das geendet hat, es hat nicht darin geendet, dass die Antagonisten einander spinnefeind blieben. Dass sie Abneigungen, ja sogar manche Hassgefühle in die Zukunft ihres Miteinander weitertrugen. Und ich selber habe vier Koalitionspartner erlebt, also vier Obmänner, Obleute der Volkspartei. Und da waren auch harte Auseinandersetzungen, also etwa mit Alois Mock, der ein wirklich ausgeprägter Antisozialist war. Oder auch mit Schüssel, Busse Kriegler ist weniger auf die Spitze getrieben. Aber es sind nie wirklich persönliche Untergriffe gewesen. Und es ist vor allem ganz besonders wichtig gewesen, nämlich nach harten Auseinandersetzungen hat man zu Lösungen gefunden. Und nach Festständen dieser Lösungen hat sich jeder daran gehalten. Es ist nicht vorgekommen, dass die vom Tisch aufgestanden sind und gesagt haben, das haben wir jetzt zwar beschlossen, aber wir schicken irgendeinen Parteiunterläufer in die Gegend, der das sofort konterkariert. Das hat nicht wirklich stattgefunden. Und daher war das auch insgesamt eine erfolgreiche Periode, weil gefundene Lösungen gehalten haben. Das ist aber die eine Seite. Die andere Seite geht aber weit darüber hinaus. Nämlich, ich meine, dass diese Absenz von Respekt auch auf der Ebene der Staaten, auf der Ebene der Regierungen, der Regierungslenker zu konstatieren ist. Bedenken wir, wie viele Regierungschefs, Staatsmänner, wie immer, von ihnen selber eingegangenen internationalen Verpflichtungen nicht festhalten. Also Beispiel. Wir sind alle miteinander 28 an der Zahl zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Europäischen Union beigetreten. Der Beitritt zur Europäischen Union heißt, juristisch und politisch einem bestimmten Vertrag beigetreten zu sein und sich verpflichtet zu haben, einen solchen Vertrag auch einzuhalten. Das geschieht aber in der Praxis nicht. Schauen wir einmal, also der Brexit ist natürlich ein ganz besonders drastisches Beispiel. Der Brexit ist aber auch deshalb ein drastisches Beispiel, als die Abstimmung in Großbritannien mit einem Bündel an Unwahrheiten daherkam und beeinflusst wurde und das im Nachhinein noch dazu mit einer nicht parlamentarischen Mehrheit, aber offensichtlich plebiszitären Mehrheit drüber gefahren wird, weil nachweislich aus mehreren demoskopischen Untersuchungen gezeigt werden kann, dass viele Briten sich hintergangen fühlen und eigentlich noch einmal zur Urne gehen wollen. Das wird einfach weggewischt. Also man hat vor Meinungen dieser Art keinen Respekt. Schauen wir an in der besonderen Problematik, die auch uns Österreicher sehr beschäftigt, nämlich die Migrations- und Flüchtlingsfrage. Da haben wir im Rahmen der Europäischen Union vier Mitgliedsländer. Sie nennen sich Visegrad-Staaten. Das sind unsere Nachbarn, die Ungarn, die Tschechen, die Slowaken und die im entfernten Sinn Nachbarn Polen, die sich an getroffene Vereinbarungen nicht halten, die in Beratungen aller Regierungschefs hineingehen und wenn dort Argumente vorgebracht werden, sagen, ja, diese Argumente, die sind gut und schön, aber wir haben auf Visegrad-Ebene andere Beschlüsse. Das heißt also, man ist Mitglied in einem größeren Verband, setzt sich aber in einem kleineren Verband zusammen, fasst Beschlüsse und erklärt Beschlüsse im größeren Verband als für sie nicht gültig. Das ist kein Respekt vor der gemeinsamen Sache. Wir können noch einen Schritt weiter gehen und können, das ist ein besonders drastisches Beispiel, in die USA blicken, wo man ja von der gegenwärtigen Führung des Weißen Hauses nicht wirklich behaupten kann, dass respektvoll mit politischen Gegnern umgegangen wird oder auch mit Regierungen anderer Staaten und das führt dazu, oder kann dazu führen, dass hier Gräben aufgerissen werden, die lange Zeit offen bleiben werden und vielleicht nie geschlossen werden. Denken wir an, die USA haben beigestimmt, einem internationalen Gerichtshof, halten sich aber nicht daran. Die USA haben beigestimmt, dem Klimaschutzabkommen von Paris, halten sich aber nicht daran, erklären offensiv, dass die Grundlagen falsch waren. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir im Jahr 1994 eine Volksabstimmung durchgeführt haben, um der Europäischen Union beizutreten und eine nachfolgende Regierung sagt, ja, die haben das eben früher so gemacht und die Bürger haben so gewählt und beschlossen, aber wir wollen das anders. Wir halten uns nicht daran. Das kann zu ganz gravierenden Systembrüchen und Rechtsbrüchen führen und vor allem zu politischen Brüchen. Und jetzt komme ich zum nächsten und dann vielleicht eine Pause, nämlich das Ignorieren des Anstands oder des Respekts oder der eingegangenen Verpflichtungen wird ja dann instrumentalisiert in der Tagespolitik, indem man genau auf dem Gebiet, wo man Stimmung machen möchte, diesen Respekt wegstreicht und eine ganze Reihe von Gruppen der Bevölkerung für sich gewinnt, indem man Stimmen macht, auch bei Wahlen Stimmen gewinnt, ganz gefährlich, durch die Kontrastellung zu eingegangenen Verpflichtungen des eigenen Staates. Das können wir beobachten in Frankreich. Das können wir beobachten in den Niederlanden. Das können wir beobachten in den osteuropäischen Mitgliedsländern. Also nehmen wir einige Beispiele außer Funktionssetzung eines Verfassungsgerichtshofs, außer Funktionssetzung einer Notenbank, Beschneidung der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit, Beschneidung der Menschenrechte in gewissen Fällen überhaupt. Das alles ist in Wirklichkeit Respektlosigkeit oder Missachtung bestimmter Grundsätze, die dieser Staat, diese Regierung oder Vorregierungen früher eingegangen sind. Und man kann das natürlich auch letztendlich politisch kampfesbereit interpretieren, weil ja Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Hetze etc. nicht den Grundgedanken des Rechtsstaates und des humanitären Staates entsprechen. Das heißt also, mir ist der Grundgedanke des Grundrechtes und des Menschenrechtes wurscht, sofern ich damit meine antiquierten Überzeugungen an den Mann bringe und bei Wahlen Stimmen gewinne. Also wir haben eine nicht ungefährliche Entwicklung von einer gewissen Missachtung der Grundrechte zu eigenen durchsichtigen vordergründigen politischen Zwecken und das führt und kann führen und wird führen, wenn es so weiter ginge, zu Destabilisierungen der Demokratie. Wir haben zur Zeit in Österreich eine Diskussion, die mir große Sorgen bereitet. Das ist eine Diskussion, die die beiden potenziellen Regierungsparteien führen, eine mehr, die andere weniger, aber immerhin und das ist der Ruf nach einem sehr intensiven Ausbau der pläbiszitären Demokratie anstelle der repräsentativen Demokratie. Und warum ist das gefährlich? Das ist deshalb gefährlich, abgehend von verfassungsrechtlichen Bedenken, aber es gibt auch gravierende politische Bedenken, nämlich die repräsentative Demokratie beruht ja darauf, dass in freien Wahlen politische Vertreter gewählt werden, eben in ein Parlament. Und wenn nun der Ruf ertönt, über Volksbefragungen und Volksabstimmungen parlamentarisch zusammengekommene Beschlüsse im Nachhinein zu revidieren, dann können wir der repräsentativen Demokratie auf Widersinn sagen. Und jeder Minister einer Bundesregierung, der irgendwo mit anderen Regierungen einen Vertrag abschließt, aber damit rechnen muss, wenn er nach Haus kommt, dass dieser Vertrag möglicherweise durch eine Volksabstimmung annulliert wird, der verliert seine Vertragsfähigkeit, seine Handschlagsqualität gegenüber dem jeweiligen Partner. Und das eine Diskussion wäre, wenn es dazu käme, eine Entwicklung, der man entgegenwirken muss. Soviel einmal, ein paar erste Anmerkungen zum Thema. Vielen herzlichen Dank für die ersten Anmerkungen. Ich möchte gerne zwei Aspekte, auf die du schon eingegangen bist, vertiefen und auch deine beiden Gesprächspartner in die Diskussion mitnehmen. Der eine Problemkreis, der angesprochen ist, sind die Herausforderungen der globalisierten und der digitalisierten Welt. Dem wird ein sehr breiter Bereich in diesem Buch gewidmet. Ich würde vielleicht bitten, Co-Autor Peter Pellinker auf diesen Problemkreis ein bisschen noch einzugehen. Ja, auch von meiner Seite guten Abend einmal. Ich glaube, der Anstoß für dieses Buch, Franz Franz Nitzger erwähnt, war in hohem Ausmaß auch der Wahlsieg Donald Trumps und wie uns das alle überrascht hat und was das bedeutet. Und ich glaube, wir können an einigen Beispielen zeigen, dass das eine fürchte ich irreversible Entwicklung in manchen Tendenzen auch für uns ist. Also dieses Weggehen von einem Mindestmaß an Respekt der Persönlichkeitssphäre übrigens in dem Wahlkampf letztlich von beiden Seiten aus meiner Seite verletzt. Also soll sich niemand da ausnehmen. Auch das ist aber noch immer in einem lächerlichen Ausmaß im Vergleich zu dem, was in Amerika passiert, laufend, in allen Wahlkämpfen. Aber das ist nur ein Aspekt, weil ich gefragt wurde, was ist denn der Grund dieser autoritären Entwicklungen, kann man sagen, die es in Halb-Europa oder schon Dreiviertel Europa derzeit gibt. Ich glaube, ein Hauptgrund ist die Interpretation der Globalisierung. Dass sehr, sehr viele Menschen, wir haben es am Beispiel in dem Buch gezeigt, zum Beispiel digitalisiert, globalisiert, sich fühlen, überhaupt nicht sich zurechtfinden mit dem, was auf der Bank zum Beispiel sich abspielt. Also viele Menschen, das ist ja für mich am klarsten sichtbare Umbruch in Richtung digitalisierter Arbeitswelt, Konsumwelt, vollzieht sich in den Bankfilialen. Also in den Bankfilialen, wo nicht nur viel weniger Leute arbeiten wie früher, das ist ja auch der Grund dieser Entwicklung, sondern viele Leute einfach noch immer, selbst jetzt noch, bemerke ich, die in meiner kleinen Filiale plötzlich orientierungslos vor irgendwelchen Schaltenstellen und vergessen haben, ihre diversen, das ist ja auch beim Handy so, man braucht irrsinnig viel Pins und sonst wie, also es ist viel unübersichtlicher, anonymer geworden, das Ganze und das wird sie natürlich auch nicht auf, das wird verstärkt werden. Und diesen Prozess, ich tue das deswegen in einem Zug nehmen, weil ich glaube, diese Hilflosigkeit teilweise, ist ein Grund dafür, für eine generelle Ablehnung dessen, was unter Globalisierung oder auch Digitalisierung, dieser Umbruch und da ist die Politik und gerade auch zum Beispiel aufklärerische Politik, sozialdemokratische Politik, liberale Politik, einfach zu wenig den Leuten beiseite gestanden oder steht zu wenig beiseite, um diesen Prozess zu erklären, mit zu beeinflussen und zu verhindern, dass dann wirklich Demagogen auftreten, die die Globalisierung an sich, die ja auch ein relativ irreversibler Prozess ist, für schlecht halten. Und was heißt das gegen die Globalisierung? Sein heißt vereinfacht gesagt den Nationalismus predigen. Und das ist momentan die Hauptgefahr, die ich speziell in Europa sehe, dass hier sich paaren nationalistische Elemente, die predigen einen illusorischen Rückkehr zum Nationalstaat mit autoritären Zügen. Beides hängt zusammen in den Horrorsmus. Was soll ein Nationalstaat heute bewirken können? In den großen Fragen der Menschheit kann er nichts bewirken oder fast nichts bewirken, wie wir wissen, aber er kann nach innen suggerieren, wir schaffen Recht und Ordnung. Unter anderem mit den Begleiterscheinungen, die Franz Frau Nitzke aufgezählt hat, also Abbau der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit und so. Das ist derzeit die Hauptgefahr und für mich ist in einem hohen Ausmaß die Bruchstelle in der politischen Debatte, in der Landschaft nicht zwischen dem, was früher klassisch links-rechts ausgemacht hat, sondern zwischen denen, die sozusagen sich stellen der Entwicklung, die möglichst das begleiten für die Bevölkerung und denen, die suggerieren, wir können dagegen was tun, nämlich wir können uns prinzipiell gegen eine Öffnung der Welt, gegen eine Globalisierung stellen und gleichzeitig aber das Ganze noch dazu verbinden und das ist die Explosivität dieser Entwicklung mit diesem Volksbegriff. Daher die ganze Sache, direkte Demokratie, alles über Volksbegehren, Volksbefragung lenken. Was heißt denn das? Die Ausschaltung der repräsentativen Demokratie oder die substanzielle Schwächung der repräsentativen Demokratie heißt, dass andere Machtzentren bestimmen, was in der Gesellschaft wie die Meinung ist. Wir wissen das doch auch schon von früher ein Beispiel, das ist dann die Stunde der Massen, also der in bestimmten Sinne jetzt Massenmedien, die halt dann die Macht an sich reißen und wohin das führt, haben wir zum Beispiel auch in diesem Wahlkampf gesehen, wo speziell also eine Partei, sprich speziell also die in dem Fall jetzt die SPÖ, die nicht überall das Opfer war in dem Wahlkampf muss versorgen, sondern auch zugelassen hat, dass Täter an ihrer Seite agiert haben, die dann plötzlich, also das, was in dem Wahlkampf speziell von einer Zeitung, ich nenne sie jetzt nicht, wir jetzt alle wissen, wer gemeint ist, was eine Zeitung da am Schluss eine Hetzkampagne gegen den Bundeskanzler geführt hat, das ist eigentlich beispiellos. Gleichzeitig und mein letzter Satz, man soll allerdings auch nicht in den Fehler verfallen, dass man sagt, früher war alles viel besser und Franz Franitzka hat das bei vielen Gesprächen auch Beispiele gebracht, dass das nicht stimmt, trotz aller Unterschiede, aber ich kann mich erinnern, da war ja noch fast der Kind noch, Ola-Krise ist erwähnt worden, wie etwa das andere Massenmedium, das ich jetzt nicht gemeint habe, nämlich da ist die Kronenzeitung, wie die jedes Bild von Christian Broder, der damals ihr besonderer, sie waren ja auf der Ola-Seite und Broder war der Gegner, nur die sogenannten Schirchbüder gebracht wurden und also Hetzartikel mit Fratzen des Broder und so gebracht wurden, also es hat früher schon ganz arge Sachen gegeben, was das Spezielle an der jetzigen medialen Macht ist und Gefahr ist, ist, dass wir ganz neue Medienformen haben, früher es geben Fernsehen, Radio, Zeitungen, heute gibt es die sogenannten sozialen Medien, viele sagen dazu eher unsoziale Medien, die in Sekundenschnelle das, was früher am Stammtisch geschwätzt worden ist und auch aggressiv gesagt worden ist, vorgetragen worden ist, in Sekundenschnelle hunderttausendfach über den Computer jagen können und zwar in hohen Ausmaß auch anonymisiert. Das heißt, all das, was früher im Kleinen sozusagen auch nicht fein gesprochen wurde am Stammtisch ist jetzt da und völlig und das führt dazu, dass etwa in Amerika die Aufklärung heute in Frage gestellt ist, dass etwa zum Attentat jetzt fällt mir ein auf diese Kirche, diese christliche Kirche, es gibt namhafte Online-Seiten, die ernstlich und es wird geteilt von Hunderttausenden sagen, das war ein Anschlück auf das Christentum. Also, oder September 11 war gar nicht wie es war, sondern das haben irgendwie finstere Mächte verbrochen. und das heißt, dass wenn nachweisbare Fakten nicht mehr geglaubt werden, das ist dann die Zeit von Fake News, wo völlig ungeprüft jeder sich seine eigene Welt zusammenbasteln kann und das ist eine eminente Gefahr und ich bin wirklich der Letzte, der sonst Journalismus per se in Schutz nimmt, aber wenn das eine Ausschaltung dessen bedeutet, was Journalismus ausmacht, nämlich auch im seriösen Sinn, das Check und Recheck und ersetzt wird durch jeder bastelt sich seine eigene Wahrheit aufgrund völlig unkontrollierbarer Quellen zusammen, das halte ich für ähnlich gefährliche Tendenz wie in der Politik diese generelle Gefährdung durch Nationalismen und Autoritätspolitik. Damit sind jetzt mehrere Stichworte nämlich schon gefallen. Nationalismen vorher kamen auch schon Rechtspopulismus und zwar möchte ich jetzt weitermachen mit dem Rechtspopulismus als politischer Ausdruck von Respektlosigkeit. Katharina Stenberger haben es auch in der Einleitung schon gehört, hat sich sehr eingebracht beim Fest der Freude am 8. Mai engagiert sich für das Integrationshaus in Wien. Wir haben morgen den Jahrestag der Novemberprogramme. Heute vor einem Jahr wurde Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA gewählt. Die Verbindung von Trump und dem Rechtspopulismus ist ja durchaus offensichtlich. Wie bewertest du die Situation, wenn zunehmend mit Feindbildern operiert wird, erkennen, die Menschen vielleicht doch, dass Rechtspopulismus keine nachhaltigen Lösungen anbieten kann? Wie würdest du diese Situation und diese Zuspitzung, die wir auch nicht nur im Wahlkampf aber auch erlebt haben, bewerten? Naja, ich glaube, dass da ganz viele Dinge zusammenkommen und ein Punkt, der glaube ich schon, zumindest nach meinem Gefühl, ganz viel mit der Stimmung zu tun hat, in der so wahnsinnig viel möglich ist, ist für mich dass Begriffe wie Solidarität wen interessiert das? Es ist, ich sehe eine, ich sehe Generationen, die jünger sind als ich, die ausschließlich von einem neoliberalen Wettkampf geprägt sind, wo der, der schneller ist, der hat gewonnen, als ob das ganze Leben irgendwie ein Wettrennen wäre und da habe ich das Gefühl, dass ganz viele fundamentale Werte und was uns als Menschen auszeichnet, nämlich dass wir aufeinander schauen in einer Gemeinschaft vollkommen auf der Strecke geblieben sind. Und daraus, das ist meine Beobachtung, daraus ergibt sich auf der einen Seite ein großes Feld für, da ist ganz viel Einsamkeit und Vereinzelung. In der Vereinzelung passieren, einfach kann sich jeder seine Welt anfangen, selber zu basteln und ja, und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Raum plötzlich aufgeht, wo, wenn eine gute Maschinerie angeworfen wird, man den Menschen auch erzählen kann, dass das, was zwischen 1938 und 1945 hier passiert ist, so ja nicht wirklich so war, wahrscheinlich. und da geht es mir aber auch so, dass ich in ganz vielen Gesprächen auch mit Vertretern der SPÖ über die Jahre gesehen habe, dass da keine klare Kante gezogen wird, ich lasse sie natürlich da aus, aber wo eine mit dem Haider wir alle, der hat alle vor sich her getrieben und es wurden nicht wirklich klare Positionen bezogen und ich habe eine interessante, ein interessantes Erlebnis vor zwei Tagen gehabt, habe ich in Wales die Festrede anlässlich der Gedenkveranstaltung der Novemberpogrome erhalten dürfen. Und dort saß ich mit der Vertreterin, also da gibt es ja einen blauen Bürgermeister und die antifaschistische Initiative hat letztes Jahr beschlossen, das nicht gemeinsam mit dem Bürgermeister zu machen, weil das macht keinen Sinn. Und so gibt es jetzt zwei Gedenkveranstaltungen und wir saßen zusammen in einem der wenigen Kaffeehäuser, wo die Sozialisten gesagt haben, da kann man noch sitzen und reden, weil man kann an nicht mehr vielen Orten in Wales sich austauschen und die Vertreterin der Kultusgemeinde hat zu uns gesagt bei dem Pressegespräch, warum sie findet das irgendwie nicht richtig, dass man die Gedenkveranstaltung nicht gemeinsam mit dem Bürgermeister macht, weil der ist ja gewählt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, der Hitler ist auch gewählt worden. Und dass wir in der Auseinandersetzung nicht sehr klare, also ich habe das Gefühl, es sind so viele Dämme gebrochen, weil immer noch ein Verständnis dabei ist oder noch was und da entsteht ein Klima, wo es wirklich schwierig wird und wo so viel möglich ist und die Margit Reiter, die Historikerin hat, glaube ich, vorgestern im Standard einen brillanten Artikel geschrieben darüber, wie Österreich mit der FPÖ umgegangen ist und wie sehr die Bürgerlichen immer Steigbügelhalter waren. Und ich habe das geteilt und habe unglaubliche Diskussionen geführt, weil ich merke, es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass mittlerweile Positionen in der Mitte unserer Gesellschaft möglich sind, die undenkbar waren vor 20 Jahren. Und das Argument, mit dem alle kommen, ist, die Leute sind verunsichert, sie haben so viel Angst. Und wir müssen auf die Angst reagieren, indem wir unsere Grundsätze aufgeben, das verstehe ich nicht. Ja, so geht es mir. Bitte. Ich möchte ganz kurz noch einmal diese Globalisierung aufrollen. Was bedeutet sie eigentlich? In vieler Hinsicht, also je nach Altersunterschied, sind wir Kinder der Nachkriegsgeneration. Nachkriegszeit hat geheißen Wiederaufbau. Wiederaufbau hat geheißen knappe Mittel. Wir haben ja, so viele, je nach Generation, außer dahin die Arbeit nicht viel gehabt. Und vor allem haben wir kein Geld gehabt. Und wir mussten aber anfangen, unsere Wirtschaft so aufzustellen, dass sie international wettbewerbsfähig wird. Das ist jetzt ein technokratischer Ausdruck, aber in Wirklichkeit ist es ja darum gegangen und das haben die Altvorderen logischerweise rechtzeitig erkannt, wir müssen wieder schauen, dass wir ein Produktionspotenzial aufbauen, was schaffen, was erzeugen. Das war die Industrie aus den Trümmern heraus, das war die Landwirtschaft, das waren die ersten kurzen und kleinen Schritte in der Tourismuswirtschaft und so weiter. Aber wenn man was verkaufen wollte, und da war der Ostblock für uns ganz wichtig, mussten wir ja zur Kenntnis nehmen, die haben ja auch kein Geld. Die können ja uns das auch nicht bezahlen, was wir ihnen liefern. Die Föstbleche und Aluminium aus Ranzofen und so weiter. Und damit das irgendwie wieder in Schwung kommt, hat man ganz kleine Schritte gehen müssen mit Kontingenten und Quoten. Also ich als alter Kerl erinnere mich, wenn ich ins Ausland reisen wollte und wenn es nur noch Jesolo war, habe ich müssen zur Nationalbank gehen und mir Lire kaufen und habe aber nicht mehr Lire kaufen dürfen als 1000 Schilling, also Gegenwert von 1000 Schilling, die ich eh nicht gehabt habe. Aber das war so. Und daher war es ein Ziel derer, so wie ich und viele andere, die gesagt haben, eigentlich müssen wir schauen, dass wir dieses System der Kontrollen, der Limite, der Quoten, der Kontingente, dass wir das schrittweise wegkriegen. Und diese Aufgabe hatten natürlich die anderen Europäer auch. Und so sind wir schrittweise dazu gekommen, lang gedauert, Jahre, dass wir dieses ganze Kontingentsystem, weil wir reicher geworden sind, abbauen. Und am Schluss war ich als Idealfigur, wir reisen frei, wir handeln frei, wir investieren frei und so weiter. Und auf einmal haben wir gesagt, das ist eigentlich klar, sehr reich. Wir sind globalisiert. Nichts Schlechtes daran. Was nicht in den Griff gekommen wurde, bis heute, ich habe jetzt immer nur von den Waren gesprochen, von Industrie und Handel und Landwirtschaft und so weiter, nicht in den Griff haben wir gekriegt, hat die ganze Welt nicht gekriegt, die globalisierte Finanzwelt, die Kapitalströme, die Geldströme, die Offshore Geschichten, die Steueroasen und so weiter. Und jetzt sind wir zum Beispiel vor den Trümmern kann man gar nicht sagen, weil es funktioniert in ihrem Sinn, der Paradise Papers, der Panama Papers und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, nicht eingeschlossen, die sagen, eigentlich das können wir uns doch nicht leisten. Die Blätter, die du erwähnt hast, wir sagen nie die Namen, jeder weiß, worum es geht, die schreiben ja schon, wie die Konzerne uns austricksen und so weiter. Und ich bin jetzt dem ein bisschen auf den Grund gegangen und wenn man anschaut, diese Steueroasen, Cayman Islands, Aruba, Jersey, Guernsey und so weiter, meine lieben Freunde, die könnte es gar nicht geben, wenn das amerikanische Finanzsystem sie nicht schützen würde oder das Finanzplatz London, nicht Jersey und Guernsey und so weiter. Es gibt eine Steueroase, die gibt es nicht mehr, das ist die Schweiz. In der Schweiz, die Schweizer haben aufgemacht, haben Kontrollen zugelassen und so weiter, aber warum ist die Schweiz hier auf der Strecke geblieben? Weil kein amerikanischer Finanzplatz, kein New York, kein London, kein Singapur, kein Tokio, kein Hongkong, die Schweiz schützt. So, und jetzt reden wir von Transaktionssteuer und so weiter, ich höre dann schon auf technokratisch zu sein, will das nur klar machen. Wenn jemand vor der Globalisierung fürchtet, dann hat er Recht und er hat vor allem wegen der Finanzströme Recht. Das ist unfassbar, welche Milliarden da und jetzt bin ich beim Peter Pellinkam mit der Digitalisierung. Früher, zu meiner Zeit, wie ich ein Bankmensch war, wenn man eine Überweisung nach Singapur gemacht hat, hat ja da Wochen gedauert. Heute dauert das nicht einmal fünf Minuten, weil die Mechanik das alles erlaubt und das geht 24 Stunden am Tag, der heutige Bankdirektor kommt hin und sein Devisenhändler erzählt ihm, dass er um halber drei in der Früh 100 Milliarden nach Singapur transferiert hat. Da verstehe ich natürlich, wenn der Bürger das mitkriegt, dass er anfängt, unruhig zu werden. Der sagt, wenn das heute so ist, was trifft mich morgen. und jetzt wiederum in die nicht Niederungen, sondern in unser tägliches Leben zurück. Diese Verunsicherung in einer Bank, ich habe keine Verunsicherung, ich ärgere mich bloß, aber das ist wurscht. Das ist aber in vieler Hinsicht ein Generationsproblem. die Leute, die Menschen in unserem Staat, unsere Mitbürger, die, sagen wir, was ich, nicht älter als 35 Jahre sind, für die ist das überhaupt kein Thema, da mitzukommen. Für die ist das kein Thema in Schwäche, einen Quick-Check-In machen mit dem Gepäck und mit allem, was da dran ist. Für die ist das kein Thema. Wenn ich mit meinen Enkelkindern bei einem Mittagessen im Gasthaus zusammensitze, die sagen auf einmal, willst du wissen, wie die Temperatur gerade in Hongkong ist und wie die New York Rangers gegen irgendwelche anderen gespielt haben im Eishockey oder im Football, ist überhaupt kein Thema. Die drücken da drei, vier Mal auf ihr Kastel und haben das. Gibt es eine Antwort? Nicht leicht, aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn wir das als politische Probleme ansehen und es sind politische Probleme, dann müssen unsere politischen Führungskräfte in ganz Europa, nicht nur in Österreich, hier ein Problembewusstsein erkennen und nicht sagen, es tut uns die Leute verunsichert, sondern auf den Grund gehen der Sache, warum sind sie verunsichert und können wir da in unserem politischen Klasse, eigenen Interesse eigentlich irgendetwas tun. Und das ist nicht nur die Globalisierung, sondern das ist die Digitalisierung, das ist auch die europäische Integration. Ich bin als ein Verfechter dieses Gedankens und Europa-Idee unzufrieden, dass so wenig in den europäischen Regierungsstuben passiert, um dem Staatsbürger klarzumachen, komm her, das ist das Einzige, was wir brauchen. Wir können nicht gegen China, gegen Indien, gegen USA und so weiter reüssieren, wenn wir uns auf die acht Millionen Österreicher zurückziehen. Das ist vollkommen lächerlich. Wenn Sie einen Schulglobus herannehmen, da ist Österreich, die Republik Österreich so klein, dass das Wort Österreich nicht einmal hineinpasst. Da müssen wir mal Öster-Punkt schreiben, weil sie sich nicht ausgeht. Also was wollen wir denn überhaupt? Aber in der europäischen Vereinigung sind wir 500 Millionen Leute. Würden wir einen gemeinsamen Nenner finden und würden wir diese nationalistischen Rückanwandlungen ablegen und in Vorwärtsstrategien gemeinsam ummünzen können, dann wären wir viel besser dran. Letzte Anmerkung zu dieser Passage, warum geschieht das aber eigentlich nicht? Und das ist ein schlimmer Befund. Das geschieht deshalb nicht, weil die Regierungschefs, wenn sie beisammensitzen in Brüssel oder in Straßburg oder wo immer, dort vielleicht einer Meinung eines Sinnes sind, aber im Hinterkopf haben sie, wie komme ich mit der Geschichte, mit der Gemeinsamkeit an, wenn ich wieder daheim bin. Da habe ich mich durchzusetzen, das glauben sie mir, jetzt sind sie dagegen und wollen sie nicht und so weiter. Heute irgendeine Zeitung, die Konferenz der Landeshauptleute, die gibt es in der Verfassung gar Landeshauptleute. Sie wollen eine neue Strategie gegenüber der Europäischen Union und wollen bestimmte Kompetenzen zurück auf Länderebene holen. Unglaublich. Da holen wir zurück auf die Länderebene Salzburg die Wettbewerbsangelegenheiten gegen China. Das wird funktionieren. Also das ist wirklich eine politische Führungsaufgabe. Aber ich muss sofort Wasser in meinen Wein gießen, weil der Matteo Renzi, eines der größten Länder Europas, eines der wichtigsten Länder Europas, versinkt zur Zeit, wo versinkt er? In einem Wahlergebnis auf Sizilien. Das muss man sich auch vorstellen. Das sind also lauter politische Defekte und Schwachstellen, über die wir hinwegkommen müssen. Und ich glaube, wir kommen, und das habe ich in dem Buch auch am Schluss geschrieben, Erinnern Sie sich ans Kinderfreundelied? Im Kinderfreundelied singen wir Bruder, lass den Kopf nicht hängen, kannst ja nicht die Sterne sehen. Also Kleinmut und Verzweiflung und Pessimismus, der bringt uns nicht weiter. Daher sage ich da, ein klarer Blick und Optimismus. Und das heißt natürlich auch, was du vorher gesagt hast, in der Innenpolitik und im Wahlkampf, also so ein Wahlkampf darf uns natürlich nie wieder passieren, dass da irgendwelche Spindoktoren und so weiter die Kandidaten an den Rockschößen zurückhalten. Und das Ganze dann in Dirty Campaigning endet und wir gegenüber dem politischen Gegner, der das genauso macht, dann eine schwache Argumentationsbasis haben. Also ich glaube, jetzt wirklich danke für die Glückwünsche zu dem hohen Geburtstag und was eh schon bald wurscht ist, aber das kann nicht unsere Linie sein, zu sagen, bloß festzustellen, wir sind halt verunsichert. Und ich weiß es, ich komme ja auch viel herum und die Leute sind zu mir wahrscheinlich viel offener als zu aktiven Funktionsträgern. Aber die sagen mir, ich war immer Roter Wähler, aber jetzt wählt den Strache. Und wenn ich dann sage, und warum? Sagt er, weil die Sozialdemokraten kümmern sich nicht mehr um mich. Und dann sage ich, was sollen sie machen, dass sie die Sicherheit bekommen, dass sie um sie kümmern? Die sollen schauen, dass ich keinen türkischen Nachbar im Gemeindebau habe. Das ist sein Hauptthema. Und wenn sie den Strache wählen, glauben sie, dass der türkische Nachbar über heute verschwindet? sagt er, das glaube ich nicht, aber der sagt es wenigstens. Und das genügt schon. Und das ist halt eine fürchterlich bescheidene politische Auseinandersetzung. und daher, wenn sie Lust haben, dieses Buch zu lesen, dann werden sie das sehen, es gibt schon Ideen und es gibt schon Möglichkeiten. Wenn sie es nicht lesen, wer ist noch ein paar Mal selber durchlesen? Und bevor wir dann, nachdem wir jetzt einige Problemfelder diskutiert haben, zu den Beiträgen und den Fragen aus dem Publikum kommen, möchte ich genau auf diese Lösungsansätze, die im Buch vorkommen, zum Abschluss unserer Diskussion hier zu sprechen kommen. Es gibt mit Gelassenheit und Respekt gegen das Chaos eine Vielzahl von Ansätzen, die in dem Buch vorkommen. Wir können jetzt natürlich nicht alle behandeln. Ich würde dich trotzdem bitten, auf einige Fragen einzugehen. Wie kann man die spürbare Amerikanisierung der Politik, also diese starke Personalisierung weg von den Parteien anders gestalten? Globalisierung ist häufig angesprochen worden. Wie könnte man diese Globalisierung von Europa aus mitbestimmen oder vielleicht die Regeln sogar bestimmen angesichts der derzeitigen Situation in den USA? Welche Möglichkeiten gibt es um die Grundpfeiler unserer Demokratie? Du schreibst im Buch über Gewaltentrennung, über die Presse, Meinungsfreiheit, über den Rechtsstaat. Was könnte man hier tun, um das zu wahren? Und letztlich, was kann man auch gegen das Entstehen dieses Wutbürgertums, was du jetzt ganz am Schluss angesprochen hast, tun? Würde sich da um deine Lösungsansätze bitten? Und alle weiteren im Komplett werden dann natürlich im Buch nachgelesen. Das ist ja ganz klar. Ich möchte es nicht zu einfach machen, aber ich glaube, wie immer im Diskurs oder in der Philosophie, Antworten liegen schon in der Fragestellung. Also wir erleben zum Beispiel im EU-Mitgliedsland Polen, wie die Gewaltentrennung abgeschafft wird. Muss man einmal feststellen, und das ist in der Führungsaufgabe drin, glaube ich, die Kommunikationsaufgabe, das Lehren. Wir haben gelernt in der Politik, Politik ist auch Lehren, ist auch Vorleben, ist auch Mitnehmen. Und jetzt muss man halt sich nicht so gut fühlen und über die Gewaltentrennung reden, ohne vorher einmal zu erklären, was überhaupt ist. Und warum das klug ist. Und warum das Fortschritte bringt. Und da bin ich bei der Aufklärung. Die Gewaltentrennung ist ein Kind der Aufklärung. Und wenn ich die Aufklärung infrage stelle, dann lande ich dort, Amerikanisierung, dass der Präsident im Weißen Haus bestimmt, wer der oberste Richter des Staates ist. Und der oberste Richter, der Höchstrichter etc., der ist der, der in mein politisches Konzept am besten hineinpasst. Da kann man, in Österreich, wir haben sehr viel gelernt, wir haben auch sehr viel Lehr gezahlt. Wir können heute sagen, etwa die Höchstgerichte, der Verfassungsgerichtshof, dass die Verhaltungsgerichtshof und die anderen Höchstgerichte, obersten Gerichte, dass die doch im Großen und Ganzen außerhalb der politischen Einflussnahme stehen. Dass das nimmermehr so ist, dass der ist unserer, der ist unserer und der muss da unbedingt hinein. Wir können sagen, dass wir bitteres Lehrgeld gezahlt haben in den 70er und 80er Jahren, auch politisch, nicht nur wirtschaftlich politisch, mit dem Proporz in der verstaatlichten Industrie. Wir haben das überwunden, das gibt es heute nicht mehr, obwohl der Boulevard immer noch schreibt, das sind politische Günstlinge, sind sie nicht mehr. Der Generaldirektor, der Vöster Albine, der Wolfgang Geder, der ist kein politischer Günstling, der war ein tüchtiger Manager. Also, da ist sehr viel schon, sehr viel an neuen Werten geschaffen worden. Ganz wichtig, viele sagen, das sagen jetzt die Landeshauptleute zum Beispiel, wir wollen wieder Souveränität zurück. Wir haben Souveränität abgegeben nach Brüssel. Ja, welche Souveränität? Wir haben, wenn dort entschieden wird, was in Wirklichkeit gemeinsam zu tun ist, dann haben wir nationale Souveränität nicht eingebüßt, wir haben sie übertragen dorthin in unser anderes gemeinsames Interesse. Aber ich verstehe, dass das so mancher Staatsbürger nicht so sieht. Warum? Weil er keinen Zugang hat dazu. Und das führt wieder dazu, das haben wir auch in den Wahlkämpfen gesehen, dass viele, das sind hauptsächlich die FPÖ-Wähler, die sind logischen Argumenten nicht mehr zugänglich. Sie sagen, ja, ich horche Ihnen gern zu, aber ich glaube es nicht. Und egal, es ist mir nicht so wichtig. Ich glaube das, was ich glaube. Ich glaube das, was mir mein Bezirksvorsteher in Simmering sagt. Und das ist die politische Aufgabe schlechthin. Und wir stehen ja vor einer Rekonstruktion der Mitte-Links-Politik in Europa, nicht nur in Österreich. SPD 20%, das kann man ja nicht zur Tagesordnung übergehen. Verschwinden der Sozialdemokraten in Italien, verschwinden der Sozialdemokraten in Frankreich, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Also in Wirklichkeit steht die gesamte europäische Sozialdemokratie entweder vor einem Revival oder nicht. Dann hoffen wir mal nicht, dass es nicht oder nicht ist. Ich würde auch bitten, Katharina Steenberger und Peter Pelenker ihre Ansätze jetzt in die Diskussion einzubringen. Vielleicht wer möchte beginnen? Ich fange an, weil ich wollte auf das eingehen, was die Katharina Steenberger und das wollte der einzige kritische Punkt zu ihr sagen, am Beispiel diese Veranstaltung in Wales, die ich nicht näher kenne. Aber im Prinzip aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es ist nicht gut, wenn man sich abkapselt und nicht die gemeinsame Veranstaltung macht und bei der Gelegenheit auch den Bürgermeister dann natürlich kritisiert. Weil die Gefährlichkeit, wenn man uns von einer bestimmten Position abkapseln, heißt, dass wir immer mehr den anderen, sage ich mal, jetzt unscharf das Feld überlassen. Und in Wirklichkeit wird die auseinandersetzen, es ist ja der Großteil der FPÖ-Wähler seine keine überzeugten Ideologen oder Nazis oder sonst wie. Das ist eine allerdings inzwischen heftiger, ideologisch geprägte kleine Kernmannschaft. Viel klarer strukturiertes unter dem Heider. Das muss man in der FPÖ völlig überproportional in den Funktionären verankerten Teil. Aber die Wähler sind ja zu einem geringen Punkt ideologisch geprägt oder rechtsextrem oder sonst was, sondern die Wähler sind in hohem Ausmaß geprägt einerseits von Abstiegsängsten. Das ist der Hauptpunkt, sind Neid und Abstiegsangst. Und kommt natürlich daher, weil erstmalig unter anderem wieder breit eine Situation ist, gesellschaftspolitisch und ökonomisch, wo nicht automatisch es immer weiter aufwärts geht und es den Jungen automatisch immer besser geht als den Eltern. Das ist ja momentan nicht der Fall. Sondern auch unter den Jungen gibt es breite Maß, objektive Gründe, warum die Ängste haben, verängstigt sind. Das ganze Prekariat, die Nichtbeschäftigung, die nicht klaren Arbeitsverhältnisse führt dazu, dass gerade Demagogien dort Platz greifen und jetzt fürchte ich, wenn man so klar sagt, wir sind die feinen, reinen, guten und die anderen sind die bösen, mit denen diskutieren wir nicht einmal, das hielt ich für einen Fehler. Allerdings ausgeht von klaren Werten und Prinzipien, das ist klar. Aber das Feld sozusagen der anderen Seite per se zu überlassen in einem Gefühl der moralischen Überlegenheit, das halte ich für kontraproduktiv. Vielen herzlichen Dank, ich komme jetzt gleich dazu, du Katharina möchtest das sicher noch replizieren, anhand von klaren Werten, wie schaut dann diese Erzählung aus? Naja, ich habe, aber das können wir noch erinnern, ich sehe das tatsächlich, vor allem im Zusammenhang mit Wales, tatsächlich anders, aber gut. Aber das, was ich so stark mitkriege und ich bin in den 70ern groß geworden in einem Land, wo für alle es alles gab und immer mehr gab und ich höre seit Jahren ständig nur von der Angst, der Angst vom Ausländer, der Angst vom Abstieg und es wird nur darüber geredet. Worüber nicht geredet wird, ist, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben, dass wir in Sicherheit leben und ich habe das Gefühl, es ist ein permanentes Reagieren auf diese Katastrophenstimmung, und natürlich gibt es Schwierigkeiten, aber es hat immer Schwierigkeiten gegeben. Ich verstehe nicht, wie man sich auf diese Untergangsstimmung oder darauf die ganze Zeit reagiert und ich und das, was mir fehlt, ist, dass wir uns erzählen, was wir tatsächlich haben und jeder von uns kann in ein Krankenhaus gehen, wenn er krank ist. Unsere Kinder dürfen nicht nur, sie müssen in die Schule gehen und natürlich ist es da und dort müssen Verbesserungen und wir haben Probleme und wir haben Themen und wir haben jetzt mehr Ausländer und wir haben ein Integrations Problem und wir haben alles haben wir. Aber warum sagen wir deshalb, dass alles den Bach runtergeht, als uns anstatt mit offenem Visier und breiter Brust uns hinzustellen und zu sagen, okay und was machen wir jetzt? Stattdessen ist irgendwie wenn rechtspopulistische einfache Lösungen kommen, gehen alle ein bisschen in eine Schonhaltung und was mir fehlt ist eine und da komme ich vom Geschichten erzählen und vom Theater eine leidenschaftliche Erzählung für die Generation meiner Tochter Nämlich nicht, dass wir sagen, was wir gehabt haben, das haben wir jetzt nicht mehr so und das verändert sich und so, aber in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Was wollen wir denen weitergeben? und was fällt uns ein? Und das ich sehe, ich würde viel lieber der Angst den Mut entgegenstellen und diese Dinge höre ich ganz selten, sondern es ist eine Untergangsstimmung auf der linken Seite, die ich ganz traurig finde und wenn ich mir auch anschaue, was, wenn wir noch einmal zurückgehen zu unserer dunkelsten Geschichte, nach den zehn Jahre danach, sie ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben worden. Es ist nicht so, dass wir uns neu erfinden müssen. Da steht alles drin. Wir haben Werkzeuge in der Hand und wir haben noch ganz andere Sachen geschafft. Aber irgendwie ist eine Lähmung im System, die ich sehr schade finde und ich hätte gerne eine glutvolle neue Geschichte, an die man auch glaubt. Okay, dann schließen wir das jetzt einmal für den Moment hier im Panel. Ich bitte jetzt um eure Fragen. Die Anna wird mit einem der Mikrofone herumgehen. Wir werden die Fragen sammeln und dann gemeinsam mit dem Schlusswort beantworten. Ich bitte nur um Fragen. Das ist immer sehr unbeliebt, aber ich merke es trotzdem an. Gleich mal da vorne waren die ersten Hände oben. Eins, zwei, drei. Mein Name ist Erwin Greiner, ich bin ehemaliger Schuldirektor, komme sehr viel in neue Mittelschulen jetzt in Wien herum. Was mir Angst macht, ist, wenn man sich die Widerstromanalysen anschaut, die Altersgruppe der Jüngeren zum hohen Prozentsatz FPÖ gewählt haben. Ich wollte gerne eure Meinung dazu hören. Ich erlebe in den neuen Mittelschulen eine verlorene Generation Kinder, die vom System links liegen, also links jetzt nicht im politischen Sinn, sondern im sozialen Sinn links liegen gelassen werden, die zum Beispiel weil du Peter das erwähnt hast, mit den beiden Blättern, die du nicht namentlich nennen willst, die im besten Fall eines dieser Blätter lesen, wenn überhaupt. Mir tut es weh, dass unsere Partei es nicht geschafft hat, in fast 100 Jahren, seit es die ersten Schulversuche zum Thema gemeinsame Schule gegeben hat, in die Richtung etwas zu tun. Wir verlieren in Wien ist es besonders drastisch, ganz, ganz viele Kinder, die, wie wir alle wissen, nicht nur, weil sie nicht genug begabt sind, nicht in andere Schulen kommen, sondern weil sie sozioökonomisch benachteiligt sind, schlechte Startbedingungen haben, dass das System so ist, dass es mit neun Jahren Kinder auseinander dividiert und damit Freiwilligen kaufen nimmt, und dass sie verloren gehen. Finde ich ganz schlimm. Ich würde gern das Kinderfreundelied singen, aber ich lasse manchmal auch schon den Kopf hängen. Okay, vielen Dank. Gleich daneben war die nächste. Mein Name ist Lilacher. Ich möchte zu dem Thema der Globalisierung kurz mehr ein paar Ideen einbringen oder Gedanken. Es ist so, dass die Globalisierung ich als interessierter politischer Bürger eher so wahrnehmen, dass wir sehr viel Förderung in dieses Thema geben, schauen, dass die Infrastruktur entsprechend ausgebaut wird, so sinngemäß Zukunftssicherheit für den Staat Österreich schaffen. Was mir allerdings abgeht, ist auch den Mut der Politik kritisch die Entwicklung zu sehen. Ich denke, jetzt mache ich ein Beispiel. Ich denke, die Entwicklung des autonomen Autofahrens. Also wir hören das sehr oft, dass die Autos in absehbarer Zeit ganz alleine fahren können. Auf der Autobahn, in den Bundesstraßen, wo auch immer. Wenn man allerdings diese Entwicklung wirklich an die Spitze treibt, was bedeutet denn das am Ende? Am Ende verlieren tausende Kraftwagenfahrer ihren Job. Es ist überhaupt nicht mehr notwendig, dass man dann zum Beispiel so ein Personal vorhalten muss. Das bedeutet in weiterer Folge, dass hier nicht Akademiker arbeitslos werden, sondern eben eine sehr fleißige Schicht an Bürger, die eben einen bestimmten Schulabschluss haben, aber nicht mehr. Das ist an und für sich ja auch in Ordnung. Aber da fehlt mir, wie gesagt, der Mut der Politik hier sozusagen weit sich zu zeigen und auch vielleicht kritische Anmerkungen zu machen. Sehen Sie, das wäre die Frage auch dahinter, als richtige sozusagen Erkenntnisanalyse dieser Entwicklung, dass Politik zu wenig Weitsicht in manchen Themen ist. So haben wir es einmal vorsichtig. Danke. Ja, Peter Neundlinger, zwei Fragen an den Peter Bellinger. Erste, was haben wir anzubieten? Wir haben ja Sozialdemokraten sehr viel erreicht und 85 Prozent meinen ja, sie müssen mit Neid und ihrem Erreichtem hier bewahren. Das heißt, die 15 Prozent, die wirklich arm in Österreich sind, werden nicht reichen, um zu einer Mehrheit zu kommen. Die Frage, was haben wir anzubieten? Und, lieber Bundeskanzler, lieber Genosse Frau Nitzke, die Frage, wenn es ihn nicht gestellt hat, hätte sich ein anderer gestellt, wie würdest du heute die politische Situation als Bundeskanzler oder Ex-Bundeskanzler und als Parteiobmann bewältigen? Mein Name ist Marianne Liebert, ich bin Kassenkinderärztin in Wien-Otterkring, sozusagen am Puls des Volkes mit 37 Nationen in meiner Praxis und ich möchte die Frage stellen, warum die Werte der Aufklärung nicht vor allem von unserer Seite her mit größerer Empathie und größerem Nachdruck und Selbstvertrauen vermittelt werden, warum die Kindergärten noch nicht schon seit 40 Jahren gratis sind und zwar nicht nur da, wo die Mutti arbeitet, sondern gerade da, wo sie nicht arbeitet, weil da ja die Bildung am geringsten ist, der Mutter und daher die Chancen für das Kind schlechter, wo man ein Gegenmodell der Demokratie erlernen könnte und nicht nur den Machismus des Vaters, warum muss man tolerant sein gegenüber Intoleranten und ich denke, es gibt einen ganz wichtigen Satz in der Literatur, der heißt, was wir ererben von unseren Vätern, sollten wir erwerben, um es zu besitzen. Wenn man den Kindern es bequem macht, ihnen im Gießkammenprinzip viel Geld gibt, aber keine Bildung vermittelt, dann hat man die Zukunft verloren und ich wünsche mir nicht, dass ich da mit meinen fast 60 Jahren zu den Jüngeren gehöre, das ist scheißlich. Danke, Marianne. Werner ist der Nächste. Danke. Ja, ich möchte mich da vor allem an das schöne Bild von Katharina Stenberger anschließen. Es ist doch nicht alles so schlecht. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist und ich sehe alles viel schöner wahrscheinlich als viele andere, glaube ich. Wenn wir uns auf die Begriffe Weisheit, Verlässlichkeit und das Weitergeben von Werten besinnen, dann können wir sehr viel erreichen. Ich habe auch keine Angst vor der Zukunft, weil ich lerne von meinen Kindern, wie ich mit der Welt umgehen soll, digital. Und ich sehe aber auch so viel Positives. Ich habe drei Enkeltöchter, die gehen in einen Kindergarten, da gibt es Integrationsgruppen, es ist Barrierefreiheit da, wir können uns bewegen in der Stadt. Es ist so viel Schönes zu sehen, wenn man hinschaut. Und jetzt meine Frage, ist wirklich so viel Angst da oder bin ich so ein Außenseiter, dass ich das nicht sehe? Das würde ich gerne noch mal hören. Ganz außen ist eine und Codec. Also ich halte vieles, was da gesagt wird, für ganz daneben. Ich schätze ihre Haltung, ihre Person, verstehen wir, das schätze ich sehr. Nur der Ansatz ist vollkommen falsch. Also ich kann einen Menschen, der Angst hat, nicht sagen, geschau, es geht eigentlich gut, du hast da Einkommen und so weiter. Und immer nur auch der Kern hat das, wenn er seiner ersten Veranstaltung im Geist hat, hat er gesagt, auf den Einwand, naja, die Angst ist herbeigeschrieben. Ich glaube, die Angst ist nicht herbeigeschrieben und diese Idee, ich weiß nicht, wie steht, also jetzt muss ich eine Frage stellen, ich darf nicht, ich kann Vortrag halten. Meine Frage an Sie ist, kennen Sie ein einziges gutes Theaterstück von der Antike bis heute, das Ihre Position vermittelt? Es ist eh alles gut, besinnen wir uns auf das Gute. Also es gibt schon positive Theaterstücke, aber die sind viel komplexer und zu sagen, tun wir uns zusammenreißen, sagen wir es ist so gut, es gibt kein einziges Interessantes, kein einziges Gutes und kein einziges wahres Theaterstück von der Antike bis heute. das Ihre Position vermittelt. Die Frage ist, kennen Sie eins? Gut, ganz hinten, ich glaube daneben war noch eine. Mein Name ist Roseneder und ich bin deshalb auch aus Melch hergekommen, weil ich das Gefühl habe, es sitzt ein ehemaliger Bundeskanzler Franitzky vor uns, der nämlich als Politiker Leadership gezeigt hat. Und das, was mir heute fehlt, und meine Frage ist relativ kurz, was machen die Parteiakademien, die Kaderschmieden und ähnliches, um endlich unseren Leuten das sozialverträgliche Leadership beizubringen und sie dann erst an die Arbeit gehen lassen, wenn sie das unter Beweis gestellt haben. Vielleicht gibt es hier eine Antwort. Danke. 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 Mein Name ist Fuchs Linker. Ich bin seit vielen Jahren mittlerweile schon BSA-Mitglied und seit einem Jahr Gastmitglied der SPÖ. Warum soll ich von der Gastmitgliedschaft zu einer echten Mitgliedschaft wechseln? Überzeugen Sie mich und helfen Sie mir. Danke. 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 Herbert Binder Sehr viele sind heute verunsichert und aus einer Verunsicherung kommt auch eine Aggressivität und auch eine Verletzung des Anstandes sehr leicht heraus. Ich frage mich, wo ein Wachstum endet. Beim Bevölkerungswachstum, bei Ressourcenknappheit und Ähnliches und wenn wir die Globalisierung sehen, sehe ich eher nur die Modelle, die auf Wachstum aussehen, auf eine Verschuldung der nächsten Generation oder späteren Zeiten. Gibt es Gegenmodelle oder Modelle, die das Pyramidenspiel verhindert, dass irgendwann einmal die Hose nicht mehr zugeht oder was man immer da um sich hat. Habe ich jetzt noch eine Frage übersehen? Wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich wieder zurück an unsere Runde. Es kam ein ganzes Bündlan zu zustande. Ich bitte euch um eure Antworten oder um eure Lösungsansätze zumindest darauf und würde dann auch bitten, das mit dem Schlusswort zu verbinden. Ich würde vielleicht mit den direkt angesprochenen Themen bitten, zu beginnen, wenn eine Frage konkret an einen Gast gestellt wurde. Bitte, wer möchte beginnen? Naja, ich glaube, ich bin ein bisschen missverstanden worden. Und es kommt immer darauf an, welches Theaterstück man sich anschaut. Und die Shakespeare Königstramen wissen wir auch, wie es nicht funktioniert. Was ich nur meine ist, und ich meine auch keine Schönfärberei, ich glaube, da missverstehen sie mich. Ich glaube nur, jeder Mensch, also natürlich muss man die Angst eines Menschen ernst nehmen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ihm nicht zu sagen, du hast keine. Die Frage ist, was gebe ich ihm für eine Antwort. Und da fehlt mir ein kräftiger und auch ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich bin in einer Frage direkt angesprochen worden, möchte noch zu einer zweiten was sagen. Also, die Frage war, die richtig Armern sind nur mehr 15%, die sich als arm empfinden sind, 15%, wie kriegt die SPÖ trotzdem oder was auch immer die Sozialdemokratie eine größere Mehrheit ist. Also, ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen und das ist ja eine der Ursachen für die Krise, glaube ich, der ganzen europäischen Sozialdemokratie. Wir müssen uns von dem Fetisch Arbeiterpartei lösen. Also, Arbeiter sind in Wien jetzt, also im klassischen Sinn, Blue Color Arbeiter sind 8% durch Schätzungen. Davon sind mindestens zwei Drittel Migranten, also den klassischen Arbeiter auch in der Föst, Franz Franz Zornitzke hat im Buch geschrieben, also der alte Stahlofen Arbeiter, den gibt es nicht. In der Föst, die Föst ist heute ein moderner Technologie Konzern. Das heißt, natürlich muss sich eine linke Bewegung, ich will das gar nicht auf die Sozialdemokratie einschränken, muss sich zentral um die soziale Frage kümmern. Aber das lasse ich nicht mit den Kriterien von klassischer Arbeiterbewegung lösen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt in den letzten drei Tagen, ich weiß schon, wie wichtig die Kollektivvertragsverhandlungen sind, aber wenn ich mir das im Radio, im Morgensjournal, heute oder gestern war das, wo gesagt worden ist, jetzt verhandeln schon seit 16 Stunden und wissen nicht einmal genau, wie sie die Inflation berechnen sollen, dann gehen es außer, die anderen gehen einen Streikbeschluss, die anderen werden das bekämpfen. Also das sind Rituale, die versteht, weil wir gerade über die Jungen geredet haben, die verstehen die Jungen nicht mehr. Und jetzt kann man zwar über den Kopf appellieren und sagen, das ist aber wichtig, die Kollektivvertragsgeschichte und auch die Kammerfrage ist natürlich wichtig, aber mit dieser Form, und machen wir uns nichts vor, die Gewerkschaften sind noch immer in dieser alten, wichtigen Struktur, noch immer ein Rückgrat der Sozialdemokratie, weil mit dem Rückgrat werden es nicht mehr lang gehen können. Also wenn es nicht gelingt, andere Formen, andere Fragen, als die, und Menschen tun sie heute nicht mehr ausschließlich vom sozialen Status her definieren. Weil dann wird es ja nicht geben, dass die FPÖ heute die größte Arbeiterpartei im klassischen Sinn ist. Das ist vorbei. Also man muss neue Felder finden und da gibt es ja jetzt genug. Also da gibt es etwa die Rettung, also die Rettung des europäischen Gedankens, die Rettung also auch der Autonomie, der kulturellen Medienfreiheit. Also so viel, und wir werden in den nächsten fünf Jahren sehen, dass dieses Arbeitsgebiet für die Sozialdemokratie dramatisch zunehmen wird. Insofern finde ich, das ist eine spannende Situation, die es da gibt. Und wenn es sogar gelungen ist, in den Jahren zwischen 2000 bis 2006 andere Mehrheit zu schaffen, ich weiß zwar nicht, wie das passiert ist, aber es ist irgendwie passiert, historisch, dann wird es ja jetzt noch viel mehr möglich sein. Weil ich sage, diese Auseinandersetzung wird sicher schärfer werden in den nächsten Jahren. Und ich würde sagen, es wäre etwas noch viel Schlimmeres gewesen, wenn es eine andere Koalition geben würde. Wenn es eine Koalition geben würde, wo es die SPÖ zerreißt. Das wäre wirklich schlimm. Insofern finde ich das zwar ein Übel, aber es gibt schlimmere Übel als jetzt. Ich möchte zu dem bunten Bouquet an Anregungen und Fragen und Meinungen vielleicht versuchen, von der anderen Seite zu kommen. Und diese andere Seite ist ein Appell, ein Appell an die Frauen und Männer, die in Österreich die Sozialdemokratie repräsentieren, dieses, die Rekonstruktion der sozialdemokratischen Politik, die im 21. Jahrhundert notwendig ist, als zentrales Thema anzugehen. Und wenn wir, wenn es gelingt, diesen zentralen Themenbereich zu definieren, zu erarbeiten und last but not least mit dem geeigneten Personal in die politische Arbeit überzuführen, dann kann es gelingen, muss es eigentlich gelingen, Fragen zu beantworten wie, was würdest du heute als Bundeskanzler machen oder wie schaut eigentlich, wir haben das heute zu wenig berührt noch, die zentrale Bildungsaufgabe aus. Und Greiner, wenn du sagst, Neue Mittelschule ist kein Weg in eine befriedigende Zukunft, dann glaube ich, muss der politische Kampf, und es wird ein Kampf sein, muss er erkennen, dass die jeweiligen sozialdemokratischen Unterrichtsministerinnen einen fast aussichtslosen Kampf geführt haben, auf einem Gebiet und mit einem Thema, in welchem sie in der ganzen SPÖ so gut wie kein Verständnis und keine Unterstützung gefunden haben. Keine. Nicht die Claudia Schmid, nicht die Heine Schoßig, die Hamerschmid, die ist vielleicht zu kurz gewesen. Und man muss auch erkennen, dass wir auch gerade auf dem Bildungsgebiet einen Jahrhundertkampf durch zu kämpfen haben, weil nämlich die konservativen Beharrungskräfte ja in Wirklichkeit unter Schulreform ganz was anderes verstehen, als sozialdemokratische Erzieher und Bildungsexperten verstehen. Dieses dramatische Festhalten an der Figur Gymnasium ist ja in Wirklichkeit insofern ein Kulturkampf, als wir Upper Class wollen uns unser Gymnasium nicht stehlen lassen und die Non-Upper Class, die sollen weiter in die Hauptschule gehen. Ob das NMS heißt oder Hauptschule oder wie immer ist, ganz egal. Dazu kommt noch das Thema der fremdsprachigen Kinder, was ja selbst für in den Mittelstand aufgestiegene Sozialdemokraten ein kompliziertes Bild ist. Damit bin bin ich bei einem anderen Thema, das der Peter Bellinger schon gestreift hat, nämlich Arbeiterpartei. Der klassische Arbeiter, der nicht mehr Zement und Sand einschaufelt, sondern der in der Kabine am Kran umsitzt und elektronisch gesteuert die Vorgänge beherrscht, der ist einer von denen, die, wir haben das in dem Buch ausführlich diskutiert, in den Mittelstand aufgestiegen ist. Und derjenige, der uns in der Geschichte der Arbeiterbewegung noch immer vorschwebt, als der an einem heißen Ofen auf ein glühendes Stück Eisen mit einem schweren Hammer drauf hat und mit 45 Jahren pensionsreif ist, den gibt es schon noch. Aber der ist nicht in Österreich geboren. Und diese Diskrepanz haben wir alles andere als politisch bewältigt. Auch gedanklich nicht. Und wenn wir bleiben noch einmal bei Bildung und Erziehung und so weiter. Wenn wir in die Kindergärten schauen, ich bin jedenfalls kein Kindergartenexperte, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dann haben wir ja sowohl in manchen Schulen wie in manchen Kindergärten das Phänomen, dass wir einen Zug zu Privatschulen und zu privaten Kindergärten haben und dass die segensreiche Einrichtung des Gemeindekindergartens über die Jahrzehnte auch schon wieder als Secondhand, Secondclass angesehen wird. Und daher ist viele, fast alle Fragen, die gestellt wurden, ich glaube, man kann sie nur damit beantworten und da bin ich auch wieder bei den Stimmen, die das nicht auf Österreich beschränken, den Solidaritätsgedanken neu zu entwickeln und zwar über die Grenzen hinweg. Wir haben das auch in dem Buch beschrieben, die sozialdemokratische, sozialistische Bewegung ist auch entstanden und hat sich aufgebaut auf der internationalen Idee und bei allen Parteitagen wird die internationale gesungen oder bei anderen Parteiveranstaltungen einigermaßen kräftig und militant sein wollen. Aber in Wirklichkeit interessiert uns der Kollege in Rumänien wenig und die unter fürchterlichen Bedingungen dahin vegetierende arbeitende Frau in Bangladesch überhaupt nicht. Wir gehen ohne weiteres zu H&M und kaufen uns ein T-Shirt mit in Bangladesch und freuen uns darüber, das einigermaßen billig ist. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber ich will nur an solchen Beispielen zeigen, was auch schon gesagt wurde von beiden meiner Nachbarinnen und Nachbarn, das Bedarf eines neuerlichen Überdenkens, was wir eigentlich wollen, wer wir sind, wer wir sein wollen. Und das kann ohne weiteres, und daher ist natürlich dem Dr. Bellinger zuzustimmen, mit dem Gespenst einer anderen Regierung. Also ich hätte nicht hier sitzen wollen und irgendwas erzählen über Politik und Fragen beantworten, wenn wir diese andere Regierung jetzt schon hätten. Und da landen wir wieder dort bei irgendwelchen Grundsätzen. Und ob man jetzt in einer lokalen Situation den blauen Bürgermeister mit einbezieht oder nicht, das ist wahrscheinlich Geschmackssache oder Regiesache eines bestimmten Abends, wer der ist und wie der da herpasst und so weiter. Der Dialog muss natürlich geführt werden. Ich glaube auch, ich mache jetzt nicht einen Ausflug in die Theaterwissenschaft, aber mir hat einmal ein Kollege gesagt, jedes Drama bedarf des Bösewichts, sonst ist kein Dynamik drinnen in dem Stück. Also stellen wir uns einen Othello vor ohne Jago oder die Räuber ohne den Kanäli Franz, das würde nichts wären, es hätte keine Dynamik. Bei der Komödie ist vielleicht ein bisschen anders, aber selbst da gibt es Bösewichte. Um es abzuschließen, ich glaube, ich bin überzeugt davon und teile alle Meinungen, die da gesagt wurden, der Pessimismus kann und darf nicht unser Begleiter werden. Und selbst wenn ich den Kolleginnen und Kollegen, die von der Verunsicherung gesprochen haben, Recht gebe, diese Verunsicherung ist natürlich da. Nur unser Funktionär muss so fest in seiner Meinung sein und so gut geführt, dass er in die Verunsicherungskorrelle nicht einstimmt. Das ist ja das größte Problem, das die Partei seit Jahren, seit Jahrzehnten hat, dass der minder geschultete, der minder informierte Mitarbeiter am Stammtisch im Buch bei Hallein, man über die SPÖ geschimpft wird und er ist nicht ausgestattet mit einem Argumentarium, dass er mitschimpft, weil sonst geht er dort unter in der Diskussion. und Sie sehen, das ist ein riesiges Bündel an Maßnahmen oder an Einstellungen. Wir brauchen dazu auch wieder das geeignete Personal, aber es kann nicht mehr, das muss uns auch klar sein, es kann nicht mehr das Personal sein, die in die Sektion gehen, wo die einen einen Pullover stricken und die anderen eine Präferenzpartie machen. Das können sie auch, aber nachdem der politische Teil des Abends abgehakt ist. Und wenn das alles gelingt und wenn das auch kommuniziert wird, und ich meine jetzt, wenn ich sage kommuniziert nicht, dass manche sagen, wir haben so gute Ideen, aber wir verkaufen schlecht, wer weiß, ob die Ideen so gut sind, weil wir haben auch einen Hang, uns an Randthemen festzubeißen. Es gibt jede Menge Randthemen, die gibt es in der ganzen Republik. Wir haben jetzt gerade Regierungsverhandlungen und wenn ich die Zeitungen aufschlage, schaue ich, was eigentlich prioritär ist, die Regierungsverhandlungen oder der Umstand, dass der Pilz wieder ins Parlament geht oder nicht. Also für dieses Randthema muss man sich nicht das Hemd zerfetzen. Es gibt andere Randthemen auch, die will niemanden nahetreten und ich weiß, dass das heikl ist, was ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem. Die Homo-Ehe mag man wollen oder nicht, mag man vertreten oder nicht, aber es kann ja kein zentrales Thema der Republik sein. Wenn wir gleichzeitig mit Arbeitslosigkeit und mit den Auswirkungen oder erwartbaren Auswirkungen der Digitalisierung kämpfen und so weiter. Also gehen wir in die zentralen Themen, gehen wir weg von den Randthemen. Versuchen wir die Menschen mitzunehmen, mitzunehmen zu sagen, schau her, das vertreten wir und du bist ein Bestandteil dessen. Wir machen das nicht für uns. Wir wollen dir sagen und zeigen, das ist etwas, wo du dich wieder findest. Und das ist das Europa-Thema natürlich ganz kompliziert, weil viele finden sich im Europa-Thema nicht wieder. Die glauben, das ist irgendwas, was uns eigentlich gar nichts angeht. Und wenn das gelingt und wenn wir, was wir in unserem Buch da sagen und im Schlusswort mit Optimismus und aufrechtem Gang, dann werden auch die Damen und Herren, die Gastmitglieder sind, nicht lang überlegen müssen, ob sie Vollmitglieder wären. Ich danke sehr herzlich für die Beantwortung der Fragen und für diesen positiven Appell, diesen optimistischen Ausblick am Schluss. Wir bleiben jetzt zum Schluss noch ein paar Hinweise. Das eine, am 14. November haben wir die Kuratorinnenführung zum Thema Presse und Proletariat im Waschsalon im Karl-Marx-Hof. Am 27. November, wir haben heute schon mal kurz Donald Trump gehabt, gibt es mit dem Satiriker Maximilian Zirkowitsch und dem Autor und Schauspieler Clemens Heipel einen Literaturwettbewerb. Und zwar geht es da um die Frage, was wäre, wenn sich die Kunst an das Niveau populistischer Politiker, die stolz darauf sind, kleine Bücher zu lesen und auch von Bildung oder Kunst nicht viel halten, anpassen würden. Und der dritte und letzte Hinweis, am 12. Dezember kommt Konstantin Wecker, der über die Notwendigkeit einer lebendigen Demokratie mit uns diskutieren wird. Demokratie lebt ja vom Streit, von der Diskussion um den richtigen Weg und deshalb gehört auch zu ihr der Respekt vor der Meinung des Anderen. Das hat einmal der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker angemerkt. Ich möchte das gerne mit einem Zitat schließen, passend zum Generalthema dieses Abends. Jean-Jean Grosso sagte, es ist wertvoller stets den Respekt der Menschen als gelegentlich ihre Bewunderung zu haben. Ich glaube, lieber Franz genießt hier in dieser Runde beides. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei dir, Katharina Sternberger, bei Ihnen, Peter Pellinger, sehr herzlich fürs Kommen. Es gibt jetzt noch Getränke, es gibt die Möglichkeit, das Buch zu erwerben und vielleicht auch signieren zu lassen. Es gibt jetzt auch den Kuchen und ich danke sehr herzlich fürs Kommen. Alles Gute. Idealism prevails, make the world a better place. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Liebe. Alles Gute. Vielen Dank.